So, da bin ich wieder, liegt eigentlich daran, ich will jetzt nicht streamen, weil ich gleich weg will, das heißt, es lohnt sich nicht, aber ich habe nicht herausgefunden, wie ich dieses Game speichern kann, also ich hätte jetzt ruhigen können, wie ich das speichern kann, aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich irgendwie Rockriss save, deswegen dachte ich mir, spielen wir erstmal weiter und ich nehme es einfach noch auf, damit nicht Rockriss verloren geht, quasi, ich habe ja jetzt auch nicht irgendwelche Folgen direkt ausgecuttet oder so, sondern habe das eher, wie wenn ich streamen halt, wir gucken, ob ich das dann in einzelne Folgen cutte, mal sehen, ich weiß es noch nicht, aber wie kann ich speichern, das habe ich echt noch nicht herausgefunden, ich habe eben herausgefunden, dass ich einen Inventar habe, ich war ja die ganze Zeit, ich war jetzt bestimmt eine halbe Stunde oder so, 20 Minuten im Menü und habe einfach nichts gemacht, quasi Was ist aus der Shotgun geworden, freue ich mich Ich meine, gut, Shotgun macht hier auch nicht so viel Sinn, weil du hast ja keine Munition so direkt Wo haben wir jetzt neue Freigabe quasi? Stimmt, so funktioniert das. Ich hoffe, ich habe mir vorhin nicht die Aufnahme zerschossen, als ich die Einstellung geändert habe. Ich bin halt auch super entspannt gerade. Das kann mir halt super in den Arsch beißen, weil wenn ich die Einstellung geändert habe. Ich bin halt auch super entspannt gerade. Das kann mir halt super in den Arsch beißen. Wenn jetzt irgendein Schockmoment kommt, damit ich halt logischerweise nicht rechne, werde ich halt richtig zucken. Ah, okay. Interessant. Wir brauchten nur, damit unser Remote-Control hier funktioniert, brauchten wir das. Wir haben alle das richtig immer. Wo bist du denn? Also, ob wir sind davon, dass du hässlich bist? Okay. 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 Ich glaube, das Game soll auch schocken mit seiner... Mit seinem Gehochfaktor. Ich seh dich, mein Freund. Aber bis jetzt bin ich noch nicht beeindruckt von euch. Muss ich mal sagen. Muss ich mal sagen. Okay. Also, wir müssen ja wahrscheinlich über den Steg da oben. Kann einfach bitte The Elder Scrolls 6 so aussehen wie dieses Game. Das würde mir vollkommen reichen schon. Das wäre schon super. Kann man doch, kann man doch verlangen, oder? Jetzt ist auch die Kamera drin, actually. Die war vorher die ganze Zeit nicht drin. Ja, die war vorher die Scharren. Wken? Ja, das wurde dann.... Ja, das war jetzt. Ja, das war ja so. Was ist dort eine? Hat das weh getan? Also wir haben Schaden nicht gerecht. Mit eh kann ich mich heilen. Heilen, Junge. Habe ich zumindest rausgefunden auch. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen. Aber ich konnte ihn gar nicht ausweichen. Also wir können ja mit allen Dingen strafen. Er hat mich trotzdem getroffen. Aber ich habe jetzt nicht... Ja, du bist hier der Ding. Ah ja, jetzt können wir hier einmal durch. Genau. Das war vorher blockiert. Er war... Er war interessiert. Er war interessiert. Okay, was passiert hier? Ah. Okay. Was ist mit ihm jetzt? Ich will immer nur sagen, ja. So wie der unseren eigenen Wunder wühlt. Dann blinkt auch immer unsere Lebensenergie. Aber so richtig... Ah. Influencer hat das jetzt noch nicht gehabt. Ah, okay. Okay. Nice, I guess. Okay. Nice, I guess. Okay. Ist zumindest ein Weg frei. Okay. Okay. Was machst du da eigentlich? Ah. 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 Tja. Ah. 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 einfach, was ich kann. Jetzt wird es aber hier zunehmend mehr gory, finde ich. Ich muss trotzdem immer noch sagen, dass mich das jetzt hier nicht so schockt. Achso, vom Setting her finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Was machst du? Oh, ok. Ok. Ja, warte mal. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder zurückfahren. Wieso hast du da nicht reingegriffen? Oh, das ist ja so. Bin wir noch tiefer denn? Offensichtlich nicht, sonst lass uns mal hier umschauen, was ist das hier, da ist nix. Ich finde schön, dass man sich immer die ganze Animation angucken muss. Hm, die fährt noch was wohin, würde ich sagen. Das Game ist halt wirklich so eher, du denkst dir die ganze Zeit so, what the fuck is this, shit, aber nicht in einem positiven Kontext unbedingt. Warum bilden sich da eigentlich überhaupt so Leichenschlangen? Wenn das offensichtlich... Die Gegner sind nicht so besonders mobil, ne? Aber das ist ja auch, also das ist ja nicht biologisch da. Die werden das doch steilen, würde ich sagen. Ach, hier kriegen wir mal so Blutgrau. Damit können wir uns nämlich heilen. Hm. Nein, du spuckst mich jetzt nicht an, du Lutscher. Oh Gott. Hm. Okay. Warum gibt es hier Viecher, die uns überhaupt angreifen, das wäre meine Frage. Wie bist du denn? Pretty dead, oder? Warum kann ich überhaupt in diesen Raum? Und warum ist er denn noch? Ach, hier geht's hoch. Ach. Ne. Wird nicht gespuckt. Das ist das erste, was meine Kinder am Ball bringt. Naja nicht, das erste aber nicht. Get the idea. Ja. Wann weißt du ja eigentlich, wann er das loslässt? Ach so, ne? Weil das ist ja... Ich sehe jetzt noch nicht so den Gruselfaktor hier. Außer, dass das alles gory ist. Und so. Was mein jetzt? Also die Gegner sind bis jetzt nicht wirklich impressive. Hm. Was ist denn hier? Das war mal. Ach Leute, die fällt jetzt immer nach oben oder nach unten, ja ok. Interessant. Aber geht dann hier die Tür auf? Oder wie ist das? Hier ist aber der Greifer. Was ist denn jetzt? Willst du uns mal nicht die Eingeweide rausreißen? Du Lorch. Wir waren doch eben so zwei Johnnies, wo sind die jetzt hin? Rennen! Auf ihn zu! Wofür er spuckt? Oh! Das wird mal. Ah! Easy! Lägen wir mal zu. Okay. 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 Let's see. Das ist der selben Einsch... Jetzt ist er bei der selben Einstellung... Das ist der selben Einstellung... Da war noch so ein Ding... Achso... Natürlich gehst du nach unten... Was seid ihr eigentlich? Werde ich auch zu sowas? Will nicht zu sowas werden... Was bist du? Hä? Okay... Kann ich mich jetzt noch mehr heilen? Was ist das? Das sieht mit einer Pistole aus... Das ist der Ding, der kommt mit einem Hammer... Das ist die Pistole... Ich nehme meine Pistole... Ich weiß nicht was... Was das ist... Ich bin ja äußerst ungern... Mit diesem Apparello hier... Muss ich mal ganz ehrlich sagen... Jetzt haben wir zumindest hier nochmal so ein Ding... Aber wie speichere ich in diesem Spiel... Dann muss ich das gleich googeln... Weil es ist jetzt schon 15, 16... Dann muss ich hier wieder durchlaufen... Ja... 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 Moment... Okay... Okay Die hat ohnehin die Energie kann sein, weil das ist einfach nur so eine eine Melee, aber die musst du extra, dann muss ich die aber, ne jetzt ist sie geladen, ne so, ey, aber ich sehe es nicht, dass sie geladen ist, so, seit ich diese Perlen da nicht drauf, wirklich sehen, wenn es wer klick klick macht, was bist du, wo kann ich mich hier, ne, hä, ach so, das ist auch lauter Ding, wo kann ich nicht speichern, Leute, ich, ach ja, hier wollen wir ja schon mal, also dahinter, so jetzt muss man hier wieder so einen Try and Error machen, nein, dann führst du die, ja so, ich bin auf Der geht jetzt schon damit an. Der geht jetzt an. Ah, der dreht sich anders. Wann gehen die an? Die gehen an, wenn die beide in die Mitte zeigen. Okay. 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 Ist der wieder off ? 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 Das war so perfekt. Ich habe mich da so obendrauf konzentriert. ? 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 Ne, der ist ja jetzt oben. Der neue Punkt von dem Ding. Der ist ja nicht mehr da wo er vorher war. Der ist ja jetzt oben. Wie muss der jetzt? Wie muss der jetzt? Ah, der ist jetzt wieder auf komplett. Hahaha. So eine Fotze. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Das ist jetzt. was er so vine? Das ist denn? Oh! Das war nicht. Ja. Da ist ja nur noch keine Haus. Das war ich! Das war die Helfer. Das war ein großer Job. Das war die Vorbereiche. Untertitelung. BR 2018 Wo geht der an? Der geht jetzt da an. Ich habe vergessen, dass ich die hier extra sein kann. Es ist mir eh viel eingefallen, dass ich die hier extra drehen kann, ohne dass sich die anderen mitbewegen. Das war unnötig. Das hätte ich schon vor 10 Minuten lösen können, so ungefähr. Das ist mir in der Sekunde wieder eingefallen. Ach ja, ich kann ja auf die einzelnen Dinger switchen. Ohne, dass ich was bei den anderen tut. Das wäre ja auch langweilig. Wieso kann ich hier überhaupt hinter? Hier ist ja nichts. Falls es noch mal kommt, muss ich mir das merken, dass ich hier da einfach wechseln kann. Jetzt kann ich wieder nachladen. So. immer der dritte linge auch noch also jetzt ist 15 29 so jetzt um vier müsste ich ja mal aufhören wie kann ich speichern das weiß ich nämlich nicht vor deinem schatten habe ich mich mehr erschrocken als vor diesem spiel that's how terrifying you are jetzt können wir ganz runter fahren weiß noch nicht ob wir das wollen oder warum wir das wollen aber wir können ich meine hier war man ja schon also ach so wäre es hier gar nicht mehr zurück gekommen deswegen hat man das überhaupt gemacht let's see jetzt macht das ja auch alles sinn so was ja so jetzt können wir den hier bedienen so 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 wie das alles wobbelt so 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 Weg nach vorn Mal, als Mission bekommen I guess it's cool Okay Nice Was ist denn jetzt? Oh Ist hier die Sunde Freddy macht uns Kaputt Ey Jetzt brauch ich nicht nachladen, oder? Ah ne, das ist unsere Muni Ah Deswegen konnte ich nicht nachladen, weil wir keine Muni mehr hatten Das ist nur auch denselben Ding drauf Das ist ja sympathisch Oh Weich Hör auf das rote schießen Das sieht so aus, jetzt müsste ich da drauf schießen Okay, geht's nicht weiter Immer noch nie ist Oh, schau I don't think so Oh 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 Hm, das war unsere Muniz auch gleich wieder, was bist du, kann ich nicht benutzen, okay. Ah okay, wir müssen manuell wechseln actually, damit wir Sachen benutzen können. Hm. Hm. Oh. Oh. Oh, wasser? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ah was? Ich hab's nicht gesehen. Eigentlich ist das Poki-Ding besser, weil das hat keine Muni. Ich bin ja eh hier. Was war denn der Sinn da drin? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Gut. Ich denke... No. Ja, geht es auf jeden Fall weiter. Wo ist denn die weg? Okay. Oder hat das Game ein Autosave? Ich habe das noch nicht gecheckt. Ich kann ja das Game nicht mit der Arme durchspielen. Vielleicht schon. Ich weiß nicht. Oh, you get the idea. Ah. Sympathisch. Ah ja. Brauchen wir eine neue Freischaltung hier. Brauchen wir drei. Digits. Digits. Das war jetzt weiter als ich erwartet hatte. Muss ich hier einruhen. Das Game sieht jetzt nicht so aus, als hätte es irgendwie krasses Secrets oder so. Muss ich immer dazu sagen. Ja. Was du sagst. Mein rechtes Ohr hat das gerade sehr enjoyed. Ah, hier gibt es wieder Muni. Nice. Die brauchen wir. Die ist schon wieder leer. Kann sein, dass es mal mehr Muni gibt. Oder nicht. Oder nicht. Ah, hier kriegen wir den neuen Code. Der neue Code. Gut. Ich habe dich getroffen. Das ist frech. Gut. Die sind ja nicht alle One-Shot. Ne? Da waren die Türen oben drauf. Das ist nothing anderes als ein ganz normales Game. Nur das alles einfach super weird gemacht ist. Super Gory. Hier gibt es wieder das Zeug. Nehmen wir immer mit. Muss auch immer das sein so. Ich stelle gerne vor. Oh. Okay. Okay. Disgusting. Okay. 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 Also hier kam das Vieh. Das heißt hier sind wir doch bestimmt richtig. Weil jetzt hier so ein Vieh kam. Maybe. Ich bin einfach irgendwo lang gelaufen. Immer wenn du die Waffe wechselst ist sie automatisch auch wieder voll geladen. Glauben sie. Ist einfach in meiner Tasche geladen. Okay. Am niedrigsten Punkt. Okay. 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 Was bist du denn? Was bist du denn? In die Sicht, Junge. Was ist das denn? Jetzt müssen wir wieder irgendwelche Minigames spielen oder was? Da musst du gar nicht gucken. Nee, geh weg. Du siehst sowieso nicht so, wie du aussiehst. Blind. Okay. Hier haben wir nicht mehr. Okay. Hier geht es nicht weiter. Hallo. Machst du das kaputt bei uns? Das wäre cool. Kannst du das kaputt machen? Nee, kannst du ja nicht. Lutsch. Mit einer Feierabend fühle ich mich hier schon wesentlich wohl, oder? Oh. Oh. Du bist da draufgewachsen, nicht ich. Wo bin ich so an? Ich kriege mal keine Muni, ne? Ich höre links von mir irgendwann. I don't like that. Ah ja. Ah ja. Dann muss ich mir noch vier Schuss. Ah ja. Okay. Ich sehe. Hier können wir nicht durch. Hier brauchen wir erst. Hörefreigabe. Alles klar. Hm. 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 Hier geht es auch nicht weiter. Soll man da ein Game in Armour durchspielen? Ich habe es noch nicht gecheckt. Jetzt geht er wieder. nicht mehr Entfernungígen? Okay. Okay. Beautiful. Wird da was fehlen. Da kommen wir auch nicht durch. Oh, hier kriegen wir eine neue Feier. I like it. Du den. Ja, moin. Okay. Ja, gib uns mal Muni hier. Hm. Das sieht aus wie eine Strohflamme. Ich bleibe auch erstmal bei der Pistole, weil die ist eigentlich ganz nice. Hier kommen wir ja nur nicht durch, oder? Nee. Genau, das sind die vier Digits. Ja. Dein Flügelchen, hast du sie gesehen? Hm. Hm. Indeed. Oh, der letzte Schuss. Juhu, diese Waffen. Eigentlich nice. Eigentlich ist das cool, aber irgendwie... Strange. Ich hab grad nicht mal vor Augen, wer die Entwickler sind, tatsächlich. Also ich hab grad gar keine Ahnung. Ach, guck mal hier. Das ist ja quite handy. Das hilft. So, jetzt ist es aber schon 15,55. Opsala. Wie, wie kann ich dieses Game speichern? Muss ich das googeln, oder was? Ich speichere das automatisch. An irgendwelche Punkten. Change Game settings. Nein, Main Menü. Vielleicht ist das auch, wenn ich zum Main Menü gehe, einfach, dass es dann speichert. Ich muss das... Jetzt mal. Pass auf. Ähm. Scorn. Ja. Scorn. Äh. Save. Ja. Speichern. Ich hab nämlich irgendwann mal nicht gelesen. Äh. Ja. Lassen wir uns mal. Baa baa baa. Ne, können wir nicht. Es frustrieren wir von Ihnen das Spiel derzeit. Ja. Wahrscheinlich konntest du das zu dir rausstellen, oder? Baa baa. Der Problem ist, wie sieht denn so ein... Wie sieht denn so ein... Wie sieht das aus? Ja. First of the game, Checkpoints are fairly fast spread out, which isn't great, as you can lose a formula. Baa baa baa. So, when Act 1 drive the game, you should only save the area. Ich nehme einfach mal ein, dass das gerade, als wir das Ding da... Also hier zum Beispiel, wir öffnen jetzt hier die Tür. Und dann sagt das Game, yo, that one's safe, oder? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hab hier... Main-Menü. Confirm. Kann sein, dass wir etwas von vorne haben müssen, weil ich ja nix gecheckt habe. Continue where you left off. Grinslot 01. Was will ich hier load geben? Act... Act 4? 5 zu 46. Das war jetzt vor 10 Minuten gewesen. Das ist ja nice. Was? Okay. Na gut, das ist aber nicht so schwer gewesen. Alles klar. So, jetzt mach ich aber hier erstmal Firearmt. Ähm. Und werde dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufnehmen. Vergessen manchmal, dass ich gar nicht streamen deswegen. Sag ich einfach, wir sehen uns in der nächsten Folge, quasi. Ciao.